So Freunde, bevor das eigentliche Video losgeht, kommen wir nochmal kurz zu AOERH. Falls euch das stört, könnt ihr einfach 15 Sekunden weiterklicken. Aber AOERH, sehr geile Seite für Ingame-Items, unter anderem eben auch für Rocket Eagle oder Fortnite. Und mit dem Rabattcode Bombay erhaltet ihr 3% Rabatt. So Freunde, herzlich willkommen zurück bei Merry Plays. Freunde, dem Format auf YouTube, wo wir fliegend zocken werden. Und zwar mit Hilfe dieser schönen Gerätschaft. Was wir heute zocken, seht ihr schon im Hintergrund. Und es freut mich, dass er bei euch so gut angekommen ist. Ist zwar kein gehyptes Spiel mehr, ist auch irgendwie logisch, weil das Spiel ist halt von 2000 oder so. Aber ganz ehrlich, immer noch eins meiner Lieblingsspiele und offensichtlich habt ihr da auch noch ein Herz für. Also zocken wir heute einfach nochmal Gossip zum dritten Mal in Folge, Leute. Aber bevor wir loslegen können, Freunde, ihr wisst, das Format heißt Merry Plays. Und Anforderung dessen ist natürlich, dass man sich erstmal schön auf die andere Seite befördert, Freunde. Und das werde ich jetzt mal in aller Ruhe machen. Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. So Leute, und ich kann euch eine Sache sagen. Ich stehe ganz schön auf der anderen Seite. Und die Pfeife ist natürlich auch mit am Start, nicht? So, und es geht endlich los, Mann. Wir haben gespeichert und zwar an der Stelle vor dem neuen Lager. Und da werden wir jetzt auch anfangen und ich weiß, dass uns im neuen Lager einige geile Sachen erwarten. So, und hier gibt es natürlich auch wieder jede Menge zu tun. Und hier oben sind Reisfelder und hier erwartet uns ein, wieder mal ein richtig geiler Charakter in dieses Spiel. Und der heißt Lefty. Hey du, auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Was denkst du? Jetzt haben wir die Möglichkeit, für den Wasser rumzubringen. Und ich würde sagen, wir machen das mal. Klar, ich helfe gern. Gut, geh zum Reislord. Zum Reislord. Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Lefty. Was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern. Also, verteilt sie gleichmäßig. Guck mal, du siehst schon mal traurig aus. Aber die kann ich nicht ansprechen. Oder kann ich dir auch? Du bist zwar namenlos. Hier, Junge, du hast ein bisschen Wasser. Lefty schick mich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Hier, so süß er aus. Aber wir suchen hier welche mit Namen. Weil die können uns nämlich auch wieder Tipps geben. Das ist ein Spackhut. Willst du Ärger haben? Entspann dich, Junge. Entspann dich. Ich bin neu hier. Hier weiß man nie. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein. Und nicht stark. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Junge, weißt du was? Du kriegst kein Wasser, Alter. Du willst mir nicht Stärke beibringen. Du kriegst verdammt nochmal kein Wasser. Wer hast du überhaupt? Horacir. So, wir suchen mal einen anderen hier mit Name. Wer hat Name? Rufus. Du kriegst Wasser von mir. So, ich muss mal eben kurz Steuerung umstellen. Joke, der ist richtig gruselig. What the fuck? Gerade fand ich den auch lustig. So, wer ist das nächste mit Name? Pock. Kann man das als Name bezeichnen? So, Lefty schick. Du kriegst auch Wasser. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Kein Problem, Junge. So, next. Komm, nimm Wasser. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Kein Thema. Was für dir? Mit Sauwasser. Hier. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Dieses Spiel ist so geil, ey. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Wieso holt ihr euch nicht verdammtes Wasser? Da vorne ist ein See, Alter. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Ich hoffe, ich kriege eine Meldung. Also, wie viel ich geben muss. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Hat der andere auch gesagt. Habt ihr alle Wasser jetzt? Also, habe ich zehn weg? Oder warum kann ich das nicht mehr? Also, hier. Hau weg, mein Shit, Junge. Ich trinke mit dir. Wie vielen habe ich gegeben, Mann? Ich hätte verdammt nochmal mitzählen sollen. Also, das sind schon mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind ja schon mal zehn. Gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Der ist ein richtigen H***. Der P***. Lefty kann mich jetzt selbst mal. Die haben gerade Wasser gekriegt. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich habe den Verdacht, dass ein Löcker am Fundament des Dams nagt. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter in meinem Damm rumzunagen. Alles klar. Ich weiß, wo das Vieh ist, aber ich denke, realistisch sind wir definitiv noch zu schwach. Ich werde auf jeden Fall als erstes Einlandstufe 1 lernen. Und ich habe auch 20 Lernpunkte. Ich muss halt nur jemanden finden, der das teacht. So, hier rechts ist eine Kneipe, aber ich würde eigentlich vorschlagen, wir gehen mal erst in die große Höhle rein, weil da ist nämlich richtig was los. Baal Kagan, hier haben wir Novizen aus dem Sektenlager. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Gib her den Stoff. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Ich würde sagen, wir geben das denen, die uns auch ein bisschen helfen können. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Ich werde dich nicht aufhalten. Nice, wir können direkt zu Laris. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier, aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Gut, du kannst zu ihm. Nice, da hat sich das mit Mordrak schon bezahlt gemacht. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkaufe es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich will mich verbessern. Ja, ich würde sagen, wir stecken jetzt mal 5, also 10 Lernpunkte in Stärke. Wir haben dann immer noch 10 für eine Hand, also das reicht. Wir müssen eben nur noch einen Trainer finden. So, jetzt werden wir nochmal sehen, dass wir da Kraut unter die Leute kriegen. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Geiles Akrobatik würde ich jetzt auch gerne lernen. Aber jetzt habe ich schon die Stärke geholt, also machen wir das später. Und Einhand brauchen wir definitiv. Können wir das bei Coat lernen? Wir rennen mal eben zu Coat. Oh, scheiße. Aber egal, die können wir wegmachen. So lächerlich, dass wir immer noch mit Einhand 1 rumrennen. Äh, Einhand 0 sogar. Zwei Hits geben wir dem schon, das ist ziemlich nice. Zwei Hits tot, ey, das ist schon geil. Macht sich auch die Stärke direkt bezahlt. So, aber Coat ist ja hier, ne? Also da geht es ja zur Mine, zur freien Mine. Aber, äh, wo ist der Coat? Ach, der trainiert, glaube ich, nur tagsüber. Hier auf diesem Feld steht der dann immer. Aber das ist halt tagsüber. Wir haben hier, Leute, überlegt euch das mal. Das Spiel ist halt schon, ja, 19 Jahre alt. Und wir haben hier schon so einen Tag-und-Nacht-Zyklus. Und die Charaktere verhalten sich dementsprechend. Da vorne steht Gorn, Leute. Da ist ein geiler Dude, mit dem reden wir jetzt erstmal. Mir fällt gerade ein, ich habe noch keinen Stängel verteilt. Hey, ein neues Gesicht. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemanden aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Schreib. Bis später. Ja, also sieht so aus, als ob wir den Typ jetzt mal verprügeln, wo ich halt ein bisschen Zweifel habe, ob wir das hinkriegen. Wir geben dem erstmal die Chance, so rauszugehen, ne? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Alles klar? Chance vertan. Naja, ich wusste halt. Der hat halt zum Beispiel 1 an 1 und dann fickt der halt richtig. Dann gehen wir erstmal wieder ein paar Stängel verkaufen, Leute. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Ja, geil. Wir haben unseren ersten Stängel verteilt. Hier. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür. Hier. War das mit dir, Junge? Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür. Hier. Du siehst aus, als ob du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Alles klar, Bruder. Du siehst aus, als ob du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du... Ich hab ein bisschen Sumpf... Klar, hier... Wenn du mal wieder was... Du siehst aus, als ob du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. So, was ist mit dem, der hier so verzweifelt in seiner Hütte hockt? Ich hab ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gewehr. Kann ich in dem sein Bett pennen? Weil der sagt ja nichts, dass ich in seiner Hütte bin. Jetzt legt er sich da rein. Danke, Bruce. Er steht auf. Setz dich mal wieder da auf deinen Baumstumpf. Ich penn mal kurz in deinem Bett, ne? Ach, geil. Danke. Er steht neben mir und gehend. Ja, du bist sicher müde. Du kannst jetzt pennen gehen. So, Buster. Das ist der Heini mit Akrobatik. Hier, du willst mich schon auch ein bisschen Sumpfkraut. Du siehst aus. Ich hab ein bisschen... Klar, hier ist... Wenn du mal wieder was... Dann lass dich auch hier mal... No, ey, Junge, du hast Zwillingsbruder. Du willst doch ein bisschen auch Sumpfkraut. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja, alles klar. Das war jetzt 8 und 9. Hier, du kriegst erst mal meinen letzten Stängel, mein Freund. Junge, ich will den. Danke. Er rührt einfach nix. Ich hab ein bisschen Sumpf... Wo? Oh, wir haben alle weg. Nice, ich hab mich verzählt. Und dann gucken wir noch mal, ob Kurt da ist. Also wir geben jetzt erst mal die Quests ab. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ganz ehrlich, wir nehmen mal... Hilf mir in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Hilf mir in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Hör gut zu. 8 fucking hours later. Wenn du ihm das hier gibst, wird sich seine Zunge lösen. Gut zu wissen. Jetzt mal gucken, ob der gute Kurt da steht. Da ist er doch. Und der kann uns Einhand lehren. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Keine Begrüßung, nix. Kostet aber ne Kleinigkeit. 30 Erz. Ja, komm, das ist er mir wert. Einhandstufe 1, nice. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Dankeschön. So. Wir können jetzt endlich Einhandstufe 1. Erkennbar daran, er hält ne Einhandwaffe mit einer Hand. So, Leute, dann kümmern wir uns jetzt um den Lurker, der an dem Damm kratzt. Aber es ist doch nur einer. Ich dachte eigentlich, es wären mehr. So, Leute, da ist er. Und der macht verfluch viel Schaden. Okay. Vielleicht so. Ich sehe seinen fucking Energieball nicht. Nein. Ja, scheiße. Dann statten wir mal unserem alten Freund Lefty einen Besuch ab. So, da vorne ist Lefty. Wir speichern mal vorsichtshalber, weil ich habe die Befürchtung, dass er mich halt direkt anspricht. Dann muss ich ihn direkt weghauen. Hey, du. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie da nicht hält. Ja, scheiße. Okay, er will direkt kämpfen. Weg mit der Waffe. Weg damit. Früher waren die Kämpfe besser. Ja, Leute. Wir sind auf jeden Fall viel zu schwach. Wir sind definitiv viel zu schwach. Und im neuen Lager hier kann ich offensichtlich nicht mehr so viel machen. Oder komme ich jetzt in die Kneipe? Ich brauche 100 Erz. Ich habe 81. Das ist natürlich ärgerlich. So, das heißt, wir müssen uns jetzt wieder auf den Weg ins alte Lager machen und da erstmal alle Quests machen. Da haben wir nämlich nicht gemacht. Ich bin halt direkt ins neue Lager ran. Wir müssen ins alte Lager, Freunde. Und ich würde sagen, da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Und ich würde sagen, da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.